Proteste und Demonstrationen in Brasilien haben bisher kein gutes Licht auf die anstehende WM und deren Veranstalter, den Weltfußballverband FIFA, geworfen. Die Stimmung sollte nun durch den Verkauf von weiteren 180.000 noch verfügbaren Tickets aufgehellt werden, die allerdings nur online zu erwerben waren oder an einem der zwölf FIFA-Ticket-Ausgabezentren. Die meisten Fans aber gingen leer aus. Ich dachte, die FIFA wäre eine seriöse Organisation. Vielleicht ist sie das ja, aber was sich hier in Brasilien abgespielt hat, mit den Brasilianern, ist eine Bereicherung der FIFA auf Kosten von uns Fans. Die Ankündigung der FIFA auf ihrer Website, dass es in den zwölf Gastgeberstätten noch Tickets für alle 64 WM-Spiele gäbe, hat nicht gestimmt. Ich habe die ganze Nacht über in der Schlange gewartet. Es war kalt, ich hatte Hunger und war todmüde. Die FIFA geht nicht ehrlich mit den Fans um, das ist respektlos. Der Typ hier hat gesagt, es gäbe überhaupt keine Tickets mehr, aber im Internet hieß es, dass hier noch Tickets verkauft werden würden. Ich stehe hier seit zwei Uhr in der Früh. Ich werde mein Glück noch weiterhin versuchen. Es betrifft ja nicht nur die ausländischen Fans. Ich habe hier mit ein paar anderen Leuten in der Schlange gesprochen, die ziemlich sauer waren, weil sie in Brasilien leben, die WM in Brasilien stattfindet, aber sie ihre Nationalmannschaft in ihrem Land nicht sehen können. Das ist ärgerlich, weil viele Tickets scheinbar schon weg sind. Grund für die so späte Ticket-Offensive der FIFA, die nun eher nach hinten losgegangen ist. Aufgrund der zahlreichen Bauverzögerungen in den Stadien musste der Fußball-Weltverband die Eintrittskarten zurückhalten, weil gar nicht sicher war, ob es die Plätze dazu überhaupt geben würde. Die richtigen Zufolge waren 90 Prozent der Tickets vergriffen, kurz nachdem sie in den Verkauf gegangen sind. Die wichtigsten Partien, die Halbfinalspiele, das Finale sowie das Eröffnungsspiel sind komplett ausverkauft.